Jugendstärken mit der A2 Start Your Project Challenge. Wie startet man ein Projekt? Willkommen bei Jugendstärken! Bei dieser Challenge sind Kreativität und Organisationstalent gefragt. Stellt euch vor, ihr sollt einen ganz besonderen Obstsalat kreieren. Welche Früchte wollt ihr verwenden? Wie viel wird er kosten? Und mit welchem Slogan wollt ihr ihn bewerben? Lasst eure Fantasie freien Lauf. Entscheidet, rechnet und schnipselt euer Obst. Am Ende präsentiert ihr eure Kreationen. Doch aufgepasst, die Zeit ist knapp und euer Budget begrenzt. Es wird spannend. Ob exotischer Früchtetraum oder herbstlicher Genuss von Tante Lotte, ihr lernt damit in einem lustigen Spiel, wie man Projekte plant. Die wichtigsten Fragen zuerst. Was muss alles gemacht werden? Wer ist für welche Aufgabe verantwortlich? Bis wann muss es erledigt werden? Einkaufsliste erstellen, Werbeslogan erfinden, Präsentation vorbereiten, Präsentation vorbereiten, Preis berechnen, Welche Aufgaben passen zusammen? Ordne sie und schnüre sie zu Arbeitspaketen. Wenn ihr alle Aufgaben eines Arbeitspakets erledigt habt, ist an Meilenstein erreicht. Wie bei einer Wanderung gibt es in einem Projekt viele Schritte bis zum Ziel. Von der Planung bis zur Präsentation. Auch Tipps und Tricks, wie ihr euer Projekt am besten präsentieren könnt, verrät euch diese Challenge. Mit einer spannenden Geschichte oder einem coolen Slogan? Lasst euch inspirieren und probiert alles aus. Viel Spaß und guten Appetit! Die A2 Start Your Project Challenge ist Teil des ganzheitlichen Lernprogramms Jugendstärken und ist in Band 4 der Reihe Jugendstärken erschienen. Das Planspiel Obstsalat kann man als kostenlosen Workshop buchen. Anmeldung unter www.startedeinprojekt.at